Fußball-Wetten 5.11.2019 Gewinn, 635 Euro Autor de Selza Mackenzie YouTube, die kostenlosen Prognosen lauteten nur auf Spiele der Champions-League und alle sind ein Treffer geworden, auch wenn immer zwei Tipps, auf Sieg und unentschieden, abgegeben werden mussten. Dienstag 5.11.2019 Rio, Lisboa, 1 und 0,3 zu 1, 1 Euro, 95, 190 Euro, 91, Napoli, Salzburg, 1 und 0,1 zu 1, 4 Euro, 763 Euro, 64, 2 Özilon, 2 Özilon, 2 Özilon, 2 Özilon, 2 Özilon, 2 Özilon, 2 gleich 128 Einsätze. Schrägstrich, minus 128 Euro, 635, 64 Euro.